Wie viel können wir dort einladen? Logistik. Er arbeitet in der Logistikabteilung. Lösen, lockern. Löse die Mutter. Maschine. Die Maschine wird nächste Woche installiert. Maintenance. Wartung. Er arbeitet in der Wartungsabteilung. Major. Haupt. It is a major problem. Das ist das Hauptproblem. Make. Herstellen, machen. They make toys. Sie stellen Spielzeug her. Manage. Leiten. Er hat das Projekt nicht geleitet. Er hat das Projekt nicht geleitet. Hersteller. Ford ist ein Autohersteller. Befolgen Sie die Regeln der schlanken Produktion. Material. Material. How much material is there on the stock? Wie viel Material ist im Lager? Measurement. Messung. Ert ist der Grund. Ich versuche mich großer, Wohin. Am Tag.